Stark! Nochmal! 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 Doors! Ron & Tarik 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 Musik 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 Florian, beim Nordkapp heute 56 Meter und 59,5 Meter. Das ist doch ein tolles Ergebnis. Wie schätzt du das ein? Eigentlich bin ich ganz zufrieden, aber ich war in beiden Springen zu früh und damit bin ich eigentlich nicht so ganz zufrieden. Ja, aber dann hast du ja eine Steigerungsmöglichkeit. Du kennst deine Fehler und kannst dir das nächste Mal korrigieren. Also von der Worte aus Glückwunsch erstmal. Ein ganz tolles Ergebnis aus meiner Sicht. Du hast begeistert, du hast eine wunderbare Flughaltung und wenn du so weiter trainierst, denke ich, wirst du mal ganz oben ankommen. Ja, bist du der Meinung? Das hoffe ich. Also mein Ziel ist das hoffe ich. Prima. Danke dir. 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 Danke dir.